Stopp! Jetzt wird's wichtig, Leute! Diesmal fängt der Vlog natürlich anders an, weil es ultra wichtig ist, denn wir verlosen heute unseren Merch. Wir hatten nämlich einen Post gemacht, wo ich gesagt habe, wenn wir 100 Kommentare unter diesem Beitrag bekommen, werde ich einfach so Merch auf meinen Nacken verlosen. Und heute ist der Tag, wir haben gesagt, diese Woche kommt und es kommt diese Woche. Alle feiern unseren Merch. Ich kriege immer so viele Nachrichten, dass alle diese Hoodies wollen und Shirts, die teilweise aber zu teuer für die sind. Und ich dachte, okay, dann verlosen wir die halt. Lass uns mal fragen, wie geil ihr das wirklich finden? Also ich kriege gerade sogar eine andere auf rein. Lass uns direkt annehmen. Hallo! Hallo! Feiert ihr meinen Merch? Nein! Was? Habt ihr gerade wirklich Nein gesagt? Na gut, wir verlosen es trotzdem und ich würde sagen, lass uns das eben zeigen, Jascha. Dann lass uns los! So, also, es gibt drei Teile in unserer Kollektion und ich würde gerne von jedem ein Teil verlosen. Das heißt, es gibt einmal dieses weiße Shirt mit einem kleinen Logo vorne und einem großen Print hinten. Also das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsteile. Ich möchte das Ganze eigentlich, ja, äh, verlosen hier. Also das kostet jetzt bei uns im Shop 39 Euro. Die Leute kriegen es für umsonst. Dann haben wir noch dieses Shirt mit einem großen Crew-Tan-Logo vorne in schwarz. Das kostet 29 Euro. Das verlosen wir auch. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Also das ist eigentlich das Geilste. Eigentlich brauche ich das nicht mal rausholen, weil ich habe es gerade an. Das ist der Official Crew-Tan-Hoodie mit einem Riesenprint aus Bio-Baumwolle, Leute. Und 400 Gramm. Also der ist wirklich ultra schwer, wenn man den anzieht. Jetzt ist man direkt fünf Kilo schwerer. Also unglaublich geile Qualität. Ich möchte das auf jeden Fall verlosen. Was ihr dafür machen müsst, einfach einen Kommentar drunter schreiben. Und dann seid ihr schon in der Verlosung mit am Start. Und wir machen noch ein Special, oder Herrscher? Ja. Bevor es aber weitergeht. Eigentlich sollte Dima jetzt ein Voice-Over machen. Aber Dima antwortet in den letzten Tagen fast gar nicht mehr, weil er so viel zu tun hat. Und deshalb muss ich das mal wieder machen. 80% der Zuschauer haben immer noch nicht abonniert. Dima freut sich natürlich über jeden weiteren Abonnenten. Denn je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr heftige Sachen können wir auch in den Videos machen. Und sonst verpasst ihr noch Sachen wie Dima. Wir machen ein Special, denn wenn das Video 10.000 Views bekommt, verlosen wir auch noch 20 Autogramm Karten von Easy und mir. Die verschicken wir dann auch an euch. Also Leute, überall teilen, überall verbreiten, auf Insta posten, überall an eure Freunde schicken. Damit das Video so schnell wie möglich 10.000 Abonnenten, 10.000 Views meine ich, bekommt. Und dann kann es schon eigentlich losgehen. Und wo ich schon gerade bei 10.000 Abonnenten bin und es gesagt habe, wir haben mittlerweile schon 6.000 und 50 Abonnenten. Unglaublich krank, wie schnell das wieder in den letzten Tagen ging. Also danke, danke dafür. Und ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Verlosung. Und ja, Kommentar, abonnieren und tschüss. Bis zum nächsten Mal.